Charles III. ist an diesem Samstag in der Westminster Abbey in London in einer feierlichen Zeremonie offiziell zum König gekrönt worden. Schon vor acht Monaten hatte der 74-Jährige die Nachfolge seiner verstorbenen Mutter, der Queen, angetreten. Thronfolger Prinz William schwor seinem Vater die Treue, bevor Charles' zweite Frau Camilla zur Königin gekrönt wurde. Der Regen in London konnte die Monarchie-Fans, die zu Hunderttausenden angereist waren, kaum beeindrucken. Viele Menschen säumten die zwei Kilometer lange Strecke, die Charles und Camilla in einer altertümlichen Kutsche zurücklegten. Die Krönungszeremonie wurde weltweit im Fernsehen und im Internet übertragen.